Hallo zusammen in die Runde. Es freut mich, dass ich hier einen kleinen Einblick in die Transformation von Siedlungsräumen geben kann. Bevor wir aber eben in Medias Rees gehen, eine kurze Vorstellung, wer die BUWUG ist. Viele von ihnen kennen sicherlich die Vonovia, das ist sozusagen das Mutterunternehmen, seit 2018. Die BUWUG ist aber gegründet worden in den 50er Jahren in Österreich, seit 2010 in Deutschland und wurde dann 2018 ein Teil der Vonovia. Der Siedlungsbestand der BUWUG in Deutschland ist in den Vonovia-Bestand integriert worden, aber wichtig ist halt eben dann, dass BUWUG als Bauträger für große Development-Projekte in ganz Deutschland vertreten ist und primär aus dem Bereich Berlin, wo er die Hauptthemen, den Hauptsitz hat, nun aber auch in ganz Deutschland die Projekte umsetzen wird. Ganz wichtig ist zu verstehen, dass BUWUG ein Teil von Vonovia ist, weil dort halt eben auch dann alle Development-Tätigkeiten der Vonovia gebündelt sind. Also alle Neubautätigkeiten und stadtplanischen Tätigkeiten werden nun von der BUWUG dann entsprechend durchgeführt. Und unser Ziel bei natürlich klassischen Development-Projekten sind natürlich das glückliche Wohnen und man kann natürlich dann auch an diesen Bildern sehen, dass viele Themen, die hier an den letzten vier Tagen dargestellt worden sind, die besprochen sind, eigentlich im klassischen Development-Leben schon angekommen sind. Die Zielsetzung bei Quartiersentwicklung, im Neubau, bei der Transformation von Industrieberachen ist natürlich dann überall gegeben und im Grunde das, was wir überall fordern, versuchen wir natürlich in den gesamten Projekten auch umzusetzen. Das heißt, das Thema erneuerbare Energien, die Holzbauquote steht bei uns im Vordergrund, dies zu verändern. Das Regenwasser ist ein großes Thema. All diese Themen ist im Fokus einer klassischen Projektentwicklung und auch natürlich das Thema Smart City mit den Zielkonzepten ist bei jeder Quartiersentwicklung, bei jedem Bauprojekt ein Thema, inwieweit wir schon so weit sind, diese Themen auch dann realisieren zu können und versuchen so im Grunde diesen notwendigen Transformationsprozess auch mitzugestalten. Das gilt für kleinste Projekte hier im Ruhrgebiet, Dortmund-Metzer-Straße als Beispiel, wo man auch bei einem Haus innerhalb eines Siedlungsbereiches dann durch zwölf Wohnungen schon versucht, seinen Beitrag zu leisten. Es ist ein Projekt, das sozusagen dem Leitbild der doppelten Innenentwicklung folgt und natürlich auch, ganz wichtig, eine klassische Arrondierung der Siedlungsbereiche der damaligen Zeit hier im Ruhrgebiet darstellt, um einfach auch dann zeitgemäßen Wohnraum in solch einem Quartier dann auch entsprechend darstellen zu können. Die gerade genannten Leitbilder-Ziele, die gibt es natürlich dann viel mehr, natürlich auch viel besser zu sehen in ganz großen Projekten, wo man halt viel mehr Spielraum hat. Hier eine Transformation einer ehemaligen Industriebrache und wenn man dort halt eben dann an einem Quartier mit tausend Wohnungen dann arbeiten kann, dann sind natürlich die Möglichkeiten im Grunde hier viel, viel fältiger und leichter auch dann umzusetzen, weil natürlich die Beteiligten viel weniger sind hinsichtlich der Bestandsmieter, wie sensibel man in den Siedlungszusammen umgehen kann und hier ist es halt eben ein klassischer Prozess mit der Stadt, mit der Verwaltung, um im Grunde dann auch diesen Prozess umsetzen zu können, um nachher diese Quartiere umsetzen zu können, die natürlich dann dem Leitbilder folgen, wie gesagt, die wir halt eben schon in den letzten Tagen überall beschrieben haben. Dieses Ganze möchte ich Ihnen aber jetzt eigentlich gar nicht darstellen, sondern ich möchte Ihnen eigentlich etwas zeigen, was uns am Herzen liegt und was vielleicht eine andere Sichtweise der Transformation bedeutet, nämlich die Transformation des Bestandes. Gerade hier im Siedlungsbereich des Ruhrgebietes, in einem Gebiet, was in den letzten 40 Jahren komplett verändert hat, kann man an diesem Leitbild erkennen, dass wir ganz viele Punkte erreicht haben. Zollverein ist das Paradebeispiel für die Transformation, für die Innovation, für die Umsetzung und leuchtet in vielen Bereichen und dann aber verlassen wir die Straße, gehen in die angrenzenden ehemaligen Zechensiedlungsbereiche und erkennen, dass wir dort halt eben den Alltag sehen. Und der Alltag, das ist das Problem, da ist das, was in an vielen Bereichen in der Innenstadt versucht wird, wie gerade bei Dresden Sommer das halt auch erläutert worden ist, was im Grunde halt eben uns bewegt, dass das in diesen Bereichen sehr schwer umzusetzen ist und noch nicht angekommen ist. Warum ist das so? Die Grundstruktur der Siedlungsqualitäten aus den 50er, 60er Jahren hat sich im Grunde nicht geändert. Das Leitbild, was in diesen damaligen Zeiten entstanden ist, ist natürlich statisch sehr schwierig zu verändern und trotzdem prasseln auf diese Bereiche alle Themen, die uns bewegen. Der demografische Wandel, die Not-in-my-backyards-Persönlichkeiten, der steigende Wohnflächenverbrauch, das Mobilitätsverhalten, all dieses zeigt, dass die Gesellschaft sich verändert hat, aber halt eben die Frage ist, ist es in den Quartieren umsetzbar, ist es angekommen oder wie geht man damit um? Vielleicht um das Grundverständnis der Gesellschaft ein bisschen zu verstehen, zeige ich Ihnen diese Werbung aus den 50er Jahren. Den meisten ist dieses bekannt. Was vermittelt diese Werbung? Das ist Kontinuität, das ist Qualität und das ist das, was in der damaligen Zeit im Grunde eigentlich vermittelt und verkauft werden sollte. Und genau das ist halt eben auch dann die Kernfrage, die uns heutzutage beschäftigt, wenn man halt eben damalige Zeit sieht und was vermittelt werden sollte, war es ja im Grunde für alle, für die Gesellschaft die Frage, komme ich von A nach B? Und das war halt eben für alle Menschen das Ziel, was erreicht werden sollte. In der heutigen Zeit hat sich nur ein Wort verändert und das ist, wie komme ich von A nach B? Und wenn man im Grunde eigentlich dann jetzt mal diese beiden Bilder vergleicht zwischen dem, was auf der rechten Seite sozusagen heutzutage verkauft wird, welches Image verkauft wird, das hat nichts mit dem zu tun, wo diese Fahrzeuge stehen. Es hat nichts damit zu tun, was im Grunde eigentlich die Funktion dieses Automobils hat, aber es ist halt eben ein Paradebeispiel, wie sich unsere Gesellschaft entsprechend verändert hat und welche Zielsetzungen wir nun repräsentieren. Gucken wir uns dieses dann halt eben in diesen klassischen Siedlungsräumen an. So kann man eben diese gleiche Fragestellung auch nochmal darstellen. In der 50er, 60er Jahre Zeit stellte sich die Frage, kann ich überhaupt wohnen? Das heißt, es war die Frage, wie der Wohnraum beschaffen werden kann und wie im Grunde eigentlich auch gesellschaftspolitisch entsprechend gewohnt worden ist. Damals, das kann man auch erkennen an der Ausgestattung der Wohnumfeldbereiche, Erdgeschoss hatte die gleiche Qualität wie die darüber liegenden Geschosse, war einfach nur im Grunde eigentlich die Frage der Basis der Gesellschaft, wie wohnen wir gleich und wie wurde das entsprechend umgesetzt. Und wenn man sich rechts dieses normale Bild aus der Realität der heutigen Zeit sich anschaut, kann man an kleinen Punkten erkennen, ästhetisch, anästhetisch zum Teil, wie im Grunde halt eben die Bedürfnisse sich gewandelt haben. Das heißt, die Frage der Mobilität, ein Wohnmobil, was vielleicht sogar größer ist zum Teil als die Wohnung, die dort angemietet worden ist, die Frage der Freiraumgestaltung, wie ich dann im Grunde auch den Freiraum mir aneignen kann und wie ich halt eben dann den Raum bespiele, um vielleicht dann doch eine gewisse Kommunikation noch zu bekommen. Diese Siedlungen sind entstanden zu einer Zeit, als die Gesellschaft aber noch eine ganze andere Prägung hatte. An den Bildern kann man erkennen, was noch eigentlich vielleicht in vielen unserer Köpfe noch so sich repräsentiert hat, nämlich dass eine gewisse Gemeinschaft da war. Insbesondere halt hier im Ruhrgebiet war natürlich das Thema Werkswohnungsbau das Thema Nummer eins und gerade halt eben nicht nur bei der Vonnover, sondern halt eben auch eigentlich bei allen Wohnungsunternehmen ist natürlich dann dieses Thema dieser Siedlungsbereiche, bei denen, wie gesagt, bei der Vonnover haben wir einen Bestand von über 70 Prozent aus den Jahren 50 bis 70. In unseren Beständen stellte sich natürlich dann die Frage, wie damals in diesem Werkssiedlungsbau gewohnt worden ist, was dort halt eben für eine Gemeinschaft entstanden ist und im Grunde war es halt eben nicht nur das Wohnen, was die Leute zusammenbrachte, sondern halt eben auch andere Parameter, Familiengröße, Art der Arbeit. Man ist gleichzeitig zum Arbeitsgeber gegangen, zum Arbeitsplatz und auch am Nachmittag zurückgekommen. Das heißt also, das gesellschaftliche Leben spielte viel mehr innerhalb eines Quartiers statt und dieses ist in der heutigen Zeit, welches geprägt ist durch Diversität, Migration und parallel dazu aber halt eben auch der Fragestellung, wie im Grunde halt eben wir in dieser Gesellschaft uns unser eigenes Ich immer mehr darstellen können. Also in dieser individualisierten Gesellschaft ist natürlich dann die Frage, wie das Leben innerhalb eines Quartiers dann vonstatten geht. Die zentrale Frage bei den Stadtentwicklungsprozessen in einem Wohnungsunternehmen. Dazu ein Beispiel. In diesen 50er Jahren ist dieses Quartier in der Innserburger Straße in Bochum entstanden. Es ist ein klassisches Quartier, was in ganz Deutschland stehen könnte und würde. Hier haben wir etwa 30 Wohnungen, knapp unter 200 Wohneinheiten und das Besondere, was man halt eben hier schon erkennen kann. Es hat eine durchschnittliche Wohnungsgröße von 60 Quadratmeter. Dieses Quartier ist entstanden nach dem Leitbild der aufgelockerten und gegliederten Stadt. Das heißt, es gab entsprechend auch dann die Freiräume, die halt dann für die Bewohnerschaft entsprechend freigestaltet werden konnten und auch dann damals benutzt worden sind. Die Situation, die in dem Quartier aufgrund der Struktur sich darstellt, ist aber ein großes Problem. Wir haben keine kleinen Wohnungen, wir haben keine Wohnungen über 70 Quadratmeter in solchen Beständen und da kann man sich natürlich dann vorstellen, dass im Grunde halt eben durch diesen monostrukturierten Wohnungsbestand die Vielfalt in einem Quartier gar nicht großartig entstehen kann, nach den heutigen Bedürfnissen. Und schaut man sich dann einmal im Grunde die Zahlen der Mietdauer an, so kann man auch dann feststellen, in welcher Phase des demografischen Wandels, in welcher Phase die Siedlung sich befindet und hier haben wir noch einen Anteil von 25 Prozent fast schon von den Erstbewohnern, also bis zum Jahr 79 und da weiß man natürlich auch schon, dass durch den demografischen Wandel zukünftig auch die Zahl sich dann entsprechend ändern wird. Dann stellt sich die Frage, wie muss man auf diese Struktur reagieren, damit halt eben das Ziel, was wir nämlich haben, Qualität in einem Siedlungsbereich zu haben, den Anforderungen an das Wohnen der heutigen Zeit gerecht zu werden, bezahlbaren Wohnen im Grunde beibehalten zu können, wie kann man halt eben dieses gestalten. Und das wird im Grunde noch ein bisschen schwieriger, wenn man sich halt eben das nochmal vor Ort anschaut. Das heißt, wir haben dort große Flächen, die als grünen Bereiche zu nutzen sind. Dann haben wir halt eben die Frage, wie geht man mit dem ruhenden Verkehr um, was obwohl wir immer weniger Menschen im Quartier sind, eigentlich zu einem größeren Problem werden. Und das Grundproblem, wie ich gerade schon sagte, ist aber halt eben dann die Lebendigkeit des Quartiers, der Menschen dort drin und was sich ausdrückt durch den Wohnflächenverbrauch. Also als solch ein Quartier entstanden ist, hatten wir einen Wohnflächenverbrauch von ungefähr 20 Quadratmeter pro Kopf. Also waren dort in dem Bereich etwa 600 Menschen, die dort gewohnt haben. In der heutigen Zeit haben wir bundesweit ja einen Wohnflächenverbrauch von 46, 47 Quadratmeter aktuell. In solchen Siedlungsbereichen liegt er bei etwa 38 Quadratmetern. Das heißt, die Einwohnerdichte hat sich fast halbiert innerhalb der letzten 50 Jahre. Dies hat natürlich große Auswirkungen auf die Frage der Infrastruktur, der Nahversorgung, des Lebens miteinander und das zeigt natürlich dann auch die Bilder. Wir haben wahnsinnig viel Raum für Kommunikation, die nicht genutzt wird. Wir haben Fassaden, die sehr monostrukturiert sind und die im Grunde auch nicht von viel Leben zeigen. Eine gewisse Tristesse ist darzustellen. Der Spielplatz hat eine Form, der sich nicht widerspiegelt, weil ein Wohnungsunternehmen sich nicht darum kümmert, wie Spielplätze auszusehen haben, sondern weil einfach der Bedarf an Spielplätzen aufgrund der Bewohnerstruktur kaum gegeben ist. Und das wird natürlich dann da schon sichtbar, wenn man auf der rechten Seite sieht, wenn sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen können im Außenbereich, dann ist klar, dass das Thema Wohnqualität, Nachbarschaft wirklich etwas ist, was leider in vielen Bereichen unserer Siedlung hier im Ruhrgebiet verloren gegangen ist. Welche Ansätze haben wir gewählt? Und hier ist ein Beispiel, wo es jetzt nicht großartig um städtebauliche Highlights geht, sondern wirklich hier um ein Alltagsbeispiel. Und hier wurde eigentlich dann sozusagen stadtplanerisch versucht, mit vier Punkthäusern entsprechend der Siedlungsbereich zu ergänzen. Wir haben hier das Punkthaus gewählt, um einfach dann nochmal eine Typisierung dann dazu zu wählen, welche andere Wohnformen hat, aber viel wichtiger, um mit dem Punkthaus eine gewisse Durchlässigkeit im Quartier aufrecht zu erhalten. Das heißt, Blickbeziehungen, die früher da waren, sollten nicht komplett verbaut werden, sondern dass halt eben auch ein gewisser Freiraum, gewisse Freiraumqualitäten auch dann entsprechend durch das Raumgefühl beibehalten werden sollten. Dies ist ein klassisches Bild, wo man auch erkennen kann, was so die Zielsetzungen sind. Also nochmal eine Verbesserung der Spielplatzsituation, dann entsprechend Mietergärten für die Erdgeschosswohnungen, eine Qualifizierung des Freiraumbereiches generell und eine Aufwertung der einzelnen Bestandswohnungen zu den qualifizierten Neubauwohnungen, sodass halt eben auch da eine gewisse Einheit erkennen kann. Aufstockungen haben aus zweierlei Gründen in diesem Quartier keine Rolle gespielt. Erstens aus statischen Gründen würde ja dann eine Aufstockung eigentlich immer den gleichen Wohnungsmix nur ermöglichen, den man schon bereits hat. Und zweitens wäre die Aufstockung hier primär nur möglich durch die Ergänzung auch mit Aufzügen. Dann hätten wir aber halt eben oftmals das Problem, gerade im Ruhrgebiet, dass durch die steigenden Nebenkosten der Erdgeschosswohnungen und zweiten und dritten Bestandswohnungen, dass dadurch halt eben auch zum Teil eine soziale Ungerechtigkeit entstehen kann. Das heißt, man muss immer wirklich auswählen, ist für die Zielgruppe der Mieter in so einem Quartier dann solch ein Eingriff auch dann entsprechend sinnvoll und auch umsetzbar. Die Kommunikation mit den Mietern ist natürlich dann auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, sie mitzunehmen auf die Reise, auf sie zu hören und im Grunde dann auch Freiräume dann mit den Gemeinden zu gestalten, ist eine wichtige Basis für eine Akzeptanz im Quartier. Wichtig ist aber auch, dass man weiß, man erreicht nicht alle Bewohner der Quartiere. Das heißt, man muss schauen, wie kann man entsprechend die einzelnen Zielgruppen innerhalb des Quartiers dann entsprechend auch dann erreichen. Primäre Ziele, die aus der Bewohnerschaft kamen, waren natürlich das Thema Unterbringung des ruhenden Verkehrs, auch im Zeichen der Mobilitätswende. Dann generationsbedingte Konflikte ist ein großes Thema, gerade wie ich schon sagte, der Wandel von einem klassischen Werkssiedlungsbau, wo wir halt eben noch Erstbewohner haben, zu solch einer individualisierten Gesellschaft, wo das Thema Migration und Diversität eine Rolle spielt, kann zu Konflikten führen. All diese Themen muss man entsprechend dann auch berücksichtigen und versuchen mitzubringen. Darauf basierend wurde halt eben dieses Konzept umgesetzt und wichtig ist, obwohl natürlich eigentlich der vierte Punkt der wichtigste ist, nämlich eine Aufwertung des gesamten Quartiers ist eigentlich dann aus Mietersicht dann oftmals die Frage halt eben der Parkplatzgestaltung und die Ertüchtigung bestimmter Zugänge zu den Parkplatzbeständen, Bordsteine und Parkflächen dann umso wichtiger. Aber es führt dazu, dass halt eben Quartiere belebt werden und wenn man sich dieses Bild mal anschaut, dann ist ja das Ziel schon in der Bauphase fast erreicht, was man sich wünscht. Man sieht im Grunde nicht nur die Aneignung der Balkone, die halt auch dann eine gewisse Aufenthaltsqualität haben, wie schon in der Bauphase sozusagen sie von den Mietern gestaltet werden und man sieht schon im Grunde aber auch die Kommunikation, die dann vollzogen wird. Das heißt, die Kommunikation zwischen Altbestand und Neubestand in der Sicht noch in der Gestaltung befindlichen Freiraumplanung findet statt und das ist natürlich dann auch schon für jeden Stadtplaner eine Freude, wenn man das so sozusagen sehen kann. Trotzdem ist jetzt eine ganz wichtige Betrachtung noch wichtig, was bringt es strukturell? Und hatten wir, wie vorhin schon mal dargestellt, bei der Entstehungszeit eine Bevölkerungsdichte von etwa 600 Menschen und wir dann auf fast 300 zurückgegangen sind, so schaffen wir es nicht durch diesen starken baulichen Eingriff in dieses Quartier, den alten Bereich, die alte Dichte wieder hinzubekommen. Wir sind jetzt in dem Siedlungsbeispiel etwa bei 440 Bewohner. Das ist in etwa auch dann im Grunde der Freiflächenbedarf pro Kopf, der damals in den 50er, 60er Jahren auch dann vorherrschte. Aber halt eben strukturell konnten wir im Sinne einer klassischen Stadtentwicklung, wo welche Menschen in welcher Dichte wohnen und kann ich im Grunde den Suburbanisierungsprozess stoppen, schaffe ich natürlich dann nicht in allen Zielen, die man im Grunde mit dem Potenzial innerhalb dieser Quartiere hat, hinzubekommen. Dies war ein Beispiel im Grunde, wie man strukturell im Siedlungsbau umgehen kann. Wenn man sich aber dann halt eben noch mit der Thematik Heimat, Identität und Identifikation beschäftigt, dann möchte ich Ihnen nochmal ein anderes Beispiel zeigen, was hier im Ruhrgebiet hinsichtlich einer Transformation sehr, sehr wichtig erscheint. Das ist der 60er Jahre Siedlungsbereich. Ausgangssituation ist eine klassische Siedlung, die auch hier überall steht oder stehen kann. Sie hat entsprechende zeitliche Narben. Das heißt, die Menschen, die dort wohnen, haben nicht mehr dieses Identifikationspotenzial, wie dieser Bestand, welches Leitbild dort halt eben im Grunde in den 60er, 70er Jahren vermittelt werden sollte. Die Frage der Adressbildung ist nicht mehr so, wie es im Grunde eigentlich auch wünschenswert wäre. Und die Freiraumgestaltung, die sich kaum verändert hat aus den 60er, 70er Jahren, ist nicht mehr das, was heutiger Ansprüche entspricht. Das heißt, auch da ist eine gewisse Trostlosigkeit zu sehen. Mit dem Büro Stadtbildprägung aus Dortmund haben wir dann ein Konzept erstellt, wie man dieses Quartier hinsichtlich Leitbild, hinsichtlich Prägung neu gestalten kann, welches dazu führt, dass auch Bestände aus den 60er, 70er Jahren entsprechend halt eben auch akzeptiert werden und wo halt eben dann auch im Grunde spürbar ist, dass die Sozialstruktur dann sich wieder verbessert oder eben auch dann mindestens gestoppt werden kann, eine Verschlechterung. Und bei diesem Projekt war es ganz wichtig, dass man halt eben schon versucht, von der Materialität die Ziegelfassade weiterhin sichtbar zu lassen. Das heißt, hier kam es nicht vor, großartig an die Stärke der Materialität zu gehen, sondern das war eigentlich die Basis sozusagen der Überlegung. Wir haben uns natürlich dann mit dem Betonstreifen zwischen den Geschossen uns beschäftigt, Fenster ausgetauscht, aber halt vor allem war es im Gestalterischen die Frage, wie kann man im Grunde heutzutage durch eine horizontale Betonung, durch einen Abschluss der Attika, durch eine entsprechende Gestaltung der Eingangsbereiche, Qualitätssteigerung innerhalb des Quartiers hinbekommen. Und wenn man sich dieses anschaut, dann ist das natürlich dann auch ein Erfolgsgeschehen, was als Beispiel für diesen 60er, 70er Jahre Siedlungsbau nehmen kann. Das halt eben auch, dass ein Transformationsprozess für die Bevölkerung in den Quartieren auch standfinden kann, auch wenn jetzt erst die Freiraumplanung dort abgeschlossen worden ist, können wir als Wohnungsunternehmen schon feststellen, dass diese Entwicklung hinsichtlich Fluktuation, abgesehen von demografischen Ereignissen, nahezu gestoppt worden ist und dass die Stabilität der Sozialstruktur sich verändert hat, nämlich zum Positiven. Dies waren so zwei Einblicke und ich konnte Ihnen hoffentlich einen kleinen Impuls geben für die Möglichkeiten und für die Notwendigkeiten, die wir haben mit Quartieren umzugehen in unserem schönen Ruhrgebiet, weil die Frage, die Gemeinschaft, die Gesellschaft mitzunehmen, die Kernaufgabe sein wird für die anstehenden Transformationsprozesse im Ruhrgebiet, damit es halt auch dann zu einer endgültigen Gestaltung stattfinden kann. Vielen Dank.